Einen wunderschönen guten Morgen freitags 8.30 Uhr hier gemeinsam mit Tickmüll und dem Blick in Euro, Schweizer, Franken, Silber und Austral-Dollar, US-Dollar. Das die Topics für den heutigen Tag im Webinar mit den Handelsideen, mit dem Ausblick auf die kommende Woche, dem Rückblick in die aktuelle Woche, was so alles gelaufen ist und am zweiten Punkt oder im zweiten Teil dann wieder etwas Edukation. Und Ludger, Lutz, Andreas, einen wunderbaren guten Morgen. Ich freue mich drauf. Die Woche lief wieder hervorragend. Wir hatten hier richtig, richtig tolle Handelsideen wieder gehabt, die in Teilen auch wirklich sehr, sehr, sehr schön angelaufen sind. Das ist einfach das Großartige an den Märkten. Wir können hier jeden Morgen aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir auch mal immer wieder auf ein paar rückwirkende Trading-Ideen schauen, um einfach zu sehen, was wir hier an Potenzial auch haben. Das machen wir dann, würde ich sagen, nach der Osterzeit. Heute mein Webinar vor dem Urlaub. Das heißt, in der nächsten Woche nutze ich einfach die vier Tage, um mich ein bisschen zu entspannen. Dann haben wir Ostern und dann geht es nach Ostern wieder auch weiter hier jeden Morgen mit unseren Live-Webinaren und ich denke auch immer mal zwischendrin mit einer kleinen Session, wenn es etwas gibt, dass wir das Trading hier auch ein bisschen mehr weiter in den Vordergrund rücken können. Also hier bei Tickmill ist was los, da wird was geboten und das Trading wirklich tip-top-Konditionen. Da kann man echt nicht meckern. Schau mir in das heutige Webinar hinein. Zuvor, wie immer an dieser Stelle, der Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und damit gehen wir gleich in den heutigen Handelstag hinein. Wie jeden Morgen im Standard erst einmal der Blick auf wichtige Nachrichten. Wir sehen es hier drinnen auch. Wir haben jetzt gerade Informationen aus China bekommen. Exporte, Importe und die Handelsbilanz. Das machen wir hier gleich auch mal live mit rein. Ich klicke jetzt mal auf die Aktualisierung. Wir haben schon die Daten. Wow, nicht schlecht. Also wir haben China, ein sehr exportlastiges Land. Wir hatten hier eine Prognose von dem Zuwachs zu 7,3. Jetzt bitte festhalten. Aktuell 14,2. Die Importe, da gab es einen Rückgang von der Prognose her. Minus 1,3. Da sind die aktuellen Daten minus 7,6. Weitere habe ich noch nicht. Das heißt, die Handelsbilanz für den Monat März, da kommen die Daten sicherlich noch nach. Was wartet heute im Laufe des Tages noch auf uns? Es sind, wie wir sehen hier, ein paar Informationen um die Industrieproduktion hier in der EU. Um 11 Uhr bekommen wir die Prognose. Ein Rückgang von 0,6. Wir haben ja in der EU momentan wieder so das Problem mit dem Thema der Inflation. Wir waren ja zwischenzeitlich schon mal an die 2%-Marke ran, aber die Wirtschaft kommt nicht so richtig in Schwung hier bei uns. Das werden wir auch gleich sehen, wenn wir uns weitere Zahlen angucken. Heute dann noch um 14.30 Uhr aus den USA den Exportpreis und den Importpreisindex. Wir bekommen um 16 Uhr die Konsumentenerwartungen von der Uni Michigan. In diesem Zusammenhang auch noch die Daten zum Verbrauchervertrauen. Wichtige Fakten für den privaten Konsum in den USA und dann wie jeden Freitag auch noch die COT-Reports. Für diejenigen, für die das interessant ist, es ist immer einen Blick auch wert. Manuel, auch von mir einen schönen guten Morgen. Das also zu den heutigen Terminen. Das sind die Termine für die nächste Woche. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erst einmal schauen wir in die aktuellen Trading-Ideen rein. Ich hatte es ja in meinem kleinen Vorschau-Video auch schon gezeigt, worüber wir heute sprechen. Wir haben jetzt das Silber hier auf der Uhr. Ich hatte da geschrieben und gesagt, im Silber hopp oder top. Es ist wieder echt total genial, wie schön uns die Märkte zeigen, was los ist. Wir hatten ja diese Woche schon über ein Setup mit Range Breakout gesprochen. Und jeder, der hier auch zuschaut, weiß, die Range Breakout Setups sind meistens kurzfristiger Natur. Das muss man einfach wissen. Das heißt, wenn es zum Breakout kommt, muss man in den kleinen Zeiteinheiten das Ganze anpacken und schnell die Gewinne mitnehmen. Zumindest immer dann, wenn man gegen den vorherrschenden Trend tradet. Und so war es auch gewesen hier. Wir haben am, wann war es gewesen? Am 8.4. haben wir hier dieses Signal gehabt. Da kam der Ausbruch, zack, nach oben. Wir haben gesprochen, hier diese Range-Begrenzung hier oben auf der Oberseite. Da hatten wir ja den Anlauf und dann knallte der Markt nach oben. Echt hervorragend. Das Thema Range Breakout. Das war die eine Seite. Die zweite Geschichte ist hier, das hatten wir hier nicht drinnen, weil wir andere Fakten auf dem Markt hatten. Hier gab es ein schönes Umkehrsignal. Das hier ist eine sogenannte Gravestone Candle. Das zeigt uns, dass der Markt drunter will. Alles wunderbar gelaufen. Man sieht, wie stark die Dynamik ist, die nach solchen Kerzen auch geht, wenn es dann wieder in Richtung des Trends geht. Gestern haben wir hier den Bruller gehabt, den Megaschub nach unten. Direkt an einem Tag das weggemacht, was wir hier die ganzen Vortage aufgebaut hatten. Rein wieder unten in den Support. Der Support lief hier im Bereich des Tiefs, des Trends, beziehungsweise hier das Ausbruchslevel. Also grob die Marke von 14,95, 14,98 in diesem Dreh rum. Da sind wir angekommen. Guckt mal, wo genau der Markt gestern wieder rumgedreht hat. Genau am Tagestief von diesem Spike hier unten. Das ist nie Zufall. Ja, also gut, es ist schon ein Zufall, dass das genau dort rumdreht. Das kann man ja nie so genau planen. Aber das sind halt die Punkte, wo es sich lohnt, auch wirklich hinzuschauen. Das haben wir ja auch gestern im DAX gesehen. Was wird nun für uns oder für uns interessant an dieser Stelle? Thema Rebound Trading. Was kommt jetzt hier? Es können hier an dieser Stelle zwei Dinge passieren. Entweder wir laufen jetzt wieder ein Stückchen nach oben. Wir gucken gleich mal in die kleineren Zeiteinheiten rein, wo da Potenziale sind. Wenn wir einen sehr, sehr starken Rücklauf bekommen sollten, dann müssen wir uns einfach nach oben hin ein bisschen orientieren. Wir haben hier das Tageshoch von gestern um die 15,25. Und dann haben wir noch zwei weitere Tageshochs hier. Das eine bei 15,29 und hier das Spike High von dieser Bewegung bzw. der Korrekturbewegung nach oben. Die regressive Phase hat hier ihr Hoch bei 15,34. Das könnte nach oben gehen, je nachdem, wie weit es nach oben läuft. Das muss man einfach einmal sehen. Kommen wir aber hier in die Situation, dass wir gar nicht erst großartig nach oben laufen, sondern der Markt hier nur kurz innehält und dann nach unten blickt. Dann wird es interessant, weil dann könnte durchaus eine schöne Bewegung folgen, die Bewegung hier und das Tagestief von gestern erst einmal. Das ist das kurzfristige. Dann haben wir hier mit Blick in den längeren Chartverlauf um die Marke von 14,80 den nächsten Anlaufpunkt. Das ist eine Marke, da könnte es durchaus wieder etwas Support geben, dass der Markt nicht gleich durchläuft, wenn das Ganze langfristig betrachtet werden sollte. Ich weiß, wir haben ja hier Traderinnen und Trader mit dabei, die das Ganze auch im Swing, im längerfristigen Bereich mit traden wollen. Auch das lässt sich hier hervorragend umsetzen, gerade auch über die kleinen Skalierungen, die wir hier im Silber machen können. Weiter nach unten, wir haben hier ein Low aus dem Swing hier nach oben, nach dem Trend. Das haben wir liegen um den Bereich von 14,26 Euro. Ich ziehe da unten gleich mal eine Linie rein, hier unten. Also das ist der Bereich, wo möglicherweise ein wenig Aufhalt dann langfristig kommen kann. Ob es darunter läuft, das weiß ja kein Mensch. Wir Trader wissen ja nie, wohin ein Markt wirklich mal läuft. Aber es ist gut, wenn wir uns an der Historie orientieren, wo es mal hingehen kann, um zu sehen, welche Potenziale das Ganze hat. Also hier unten dieser Bereich, das Swing Low, beziehungsweise dann haben wir im langfristigen Bereich, wenn wir uns das Ganze mal auch auf Wochenbasis angucken, hier war das Tief dieses Wochenschubs nach unten bei ungefähr 13,90 Dollar. Und wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, das sollte sich wirklich jeder auch mal zu Gemüte führen. Aus diesem Faktor, auch wenn das jetzt hier in diesem Chart ein bisschen unaufgeräumt ausschaut, ich hoffe, der Fokus kommt trotzdem. Schaut euch mal an, was das jetzt hier ist. Das ist der aktuelle laufende Trend, also ein Teil des aktuellen laufenden Trends nach unten. Man schaut mal, was hier passiert ist. Die Bewegung, die abwärtsgerichtete Bewegung ist wieder in vollem Gange. Das sind die Potenziale, die man hat, wenn man das Ganze auf den großen Zeiteinheiten auch mit tradet. Also das im Potenzial zu Silber unbedingt auf der Uhr haben. Hier kann einiges passieren, wenn nach unten die Dynamik wirklich auch ins Laufen kommt. Deswegen auch der Blick immer mal in die großen Zeiteinheiten. Manuel, Hans, Theo, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer dabei zu haben. Nehmt das wirklich wahr. Hier gibt es wirklich Top-Ideen jeden Morgen, die man gut zum Traden umsetzen kann. Ich weiß, dass aus eigener Erfahrung Vorbereitung ist das Beste, was man machen kann, um gut zu traden. Alles andere kann man dann dem Markt entscheiden lassen. Wir blicken jetzt in das nächste Währungspaar oder wir gehen jetzt zu den Währungspaaren über. Und zwar hier in Euro, Schweizer, Franken. Hier sehen wir den Tageschart angedeutet. Wir hatten vor ein paar Tagen gesprochen hier über einen Rebound-Trade. Wir hatten dem Rebound-Trade ein Potenzial erst einmal gegeben über diesen ganzen Tageshochs, die wir hier hatten. In diesem Swing-Bereich hier, wo wir diese Fortsetzung hatten. Das heißt, hier war ja der Bruch oben rum bei 1,1380. Dieser Bereich, der galt und gilt immer noch als Widerstandsbereich. Hier sind wir gestern reingelaufen und haben gestern erst einmal einen deutlichen Schub nach unten bekommen. Das hat sich dann noch ein bisschen fortgesetzt heute in der Nacht und dann hat der Markt hier deutlich mit Stärke wieder nach oben reagiert. Das heißt, aus reiner charttechnischer Sicht ist jetzt hier noch nichts entschieden. Wir sehen hier weiterhin den Hochlauf. Ganz normal. Alles noch im Normalbereich sozusagen. Aber man muss halt einfach auch mal hinschauen, was in den kleineren Zeiteinheiten passiert und was dann am Ende mit rauskommen kann. Man kann jetzt hier an der Stelle zwar noch nicht sagen, ob das hier tatsächlich eine sogenannte Umhüllungskerze sein sollte. Aber diejenigen, die sich mit der technischen Analyse auch ein bisschen anschauen oder beziehungsweise auskennen, die wissen, solche Umhüllungskerzen in solchen stark weit gelaufenen Bewegungen, die haben dann auch das Potenzial dazu, wenn sie nach unten weggerissen werden, dass wir hier die Bewegung nach unten wieder initiieren können. Das heißt, dass wir wieder in Richtung des übergeordneten Schubs laufen. Das kann passieren. Die Frage ist jetzt an dieser Stelle nur die, ob wir dann am Ende tatsächlich diesen Trend hier fortsetzen, also diese starke Bewegung nach unten weiter fortgesetzt wird. In diesem Moment, wenn ich jetzt über Trend spreche, meine ich jetzt im kurzfristigen Bereich dieses hier. Das ist der aktuell laufende Trend. Der stand hier sehr, sehr schön und weit in seiner Bewegung drinnen. Das ist jetzt die Gegenbewegung. Und da ist jetzt halt wirklich die Frage, was kommt raus? Nur wenn wir von hier oben heraus traden, dann muss man ja, wenn man so eine schöne, weite, tiefe Korrektur hat, als Händler nicht unbedingt so gierig werden, um zu sagen, gut, ich trade jetzt hier raus am Ansatz her und gehe mal davon aus, dass der Markt weit, weit, weit hier unten runterläuft. Das muss man da in dem Moment gar nicht, weil man kann ja flexibel und schnell auch agieren, wenn der Markt tatsächlich unten rumdreht. Ich habe das hier in Magenta-Farben schon einmal markiert. Dann haben wir aus den untergeordneten Trendverläufen ja eine schöne Möglichkeit, uns herauszusuchen, bis wohin der Markt auch laufen kann und das für unser Trading auch mit zu planen. Das heißt, was können wir jetzt hier erwarten? Wenn wir nach oben weiterlaufen, das heißt über das Tageshoch von heute drüber, wir sehen es ja, wir sind über das Tageshoch von gestern, sind wir drüber gelaufen. Das war bei 1,31, 1,41 und dann sind wir erstmal wieder so ein Stückchen, kommen wir erstmal ein Stückchen zurück. Also diese Tageskerze ist schon auch sehr, sehr lang. Wir hatten ja immer mal lange Kerzen, aber wir sehen, irgendwann kommt es auch mal zum Zurückatmen. Laufen wir weiter nach oben drüber. Der nächste Anlaufpunkt wäre dann hier beispielsweise das Tageshoch um 1,13,336 auf dieser Stelle. Jetzt blicken wir mal in den Stundenchart hinein, weil der verrät uns schon ein bisschen was für die Planung. Das heißt, wenn wir jetzt hier beispielsweise Short in den Markt oder Long in den Markt reingehen, dann können wir uns ja immer die Frage stellen, im Long-Bereich, wer kauft nach uns, weil wir brauchen ja Käufer, um unsere Positionen glatt zu stellen. Wenn wir Short gehen, dann halt die Frage, wer verkauft nach uns. Warum? Wenn wir Short sind, brauchen wir ja einen Verkäufer, damit wir unsere Positionen eindecken können. Entschuldigung. Heißt also, mit Blick in den jetzigen Chart. Ich mache das mal kurz etwas kleiner. Wir haben hier schön den ganzen Aufwärts-Move da, schön trendig nach oben laufend. Und wir wissen auch, dieser Trend ist weiterhin absolut in Ordnung. Gestern gab es hier das erste Schwäche-Signal, aber das war nur eine Korrektur. Wo hat die Korrektur angehalten? Das ist auch immer megamäßig interessant hier im Ausbruchslevel. Also an der Stelle, wo sich der Trend hier mal fortgesetzt hat, da hat er plötzlich aufgehört in seiner Korrektur hier unten. Sehr interessant. Jetzt haben wir hier ein korrektives Low. Heißt also, wenn der Markt hier unten drunter läuft und diese Marke bricht, das wäre dann unser Signal. Jetzt können wir beginnen, mit dem Anfang der Bewegung zu rechnen. Bewegung in Richtung fallender Kurze. Anlaufmarken dann unten hin. Wo könnten denn Absicherungsorders anderer Händler liegen? Das sind dann diese Marken. Und wenn schon der Absicherungsgedanke hier liegt, mit was liegt denn hier an der Absicherung ein Long-Trader? Der liegt hier mit einer Verkaufsorder. Und wenn wir short gehen, dann können wir sagen, an diesen Stellen könnten wir uns auch eindecken. Oder aber wir schauen zu, ob hier wirklich weiterer Verkaufsdruck reinkommt. Weil wenn wir überhandnehmende Verkaufsorders haben, ist das ja genau das, was dann den Abwärtstrend befeuert und die dynamische Bewegung weiter fortsetzen lassen kann. Das ist sehr, sehr charmant. Das lacht sich richtig, richtig gut entsprechend für die Planung. Nach oben hin muss man einfach schauen, wo es weitergehen könnte. Wir haben hier genau denselben Spaß wie nach unten können wir machen. Das heißt, wenn wir uns mal diesen Swing nach unten anschauen, hier in diese Richtung rein, dann kann man einfach sagen, wo sind denn dann jetzt die nächsten Level auf der Oberseite. Das heißt, wenn wir jetzt hier aus einer Korrektur rauskommen, von wo auch immer, wäre der erste Anlaufpunkt selbstredend erst einmal das Tageshoch von heute. Das muss man dann auch mal beobachten, wie tief die Korrektur läuft. Wenn sie wirklich tief läuft, dann können wir diesen Trend als Anhaltspunkt nehmen und aus der tiefen Korrektur heraus nach oben traden, im kurzfristigen Bereich vielleicht dann bis zum Tageshoch. Wird das Ganze aber flach ablaufen, dann schauen wir einfach zu, was hier oben am Tageshoch passiert. Kommt hier plötzlich Stärke rein, dann wäre der nächste Anlaufpunkt, wie ich das gesagt habe, aus dem Tagesschat hier, dieser Swing High hier im Abwärtsbrandbereich, das war also eines der Korrekturhochs, um die 1,3336. Jetzt muss ich gucken, ob ich alle dreien habe. 1,33336, so rum ist es. Hier haben wir dann weitere Anlaufmarken. Das kann man schön nach oben hin auch mit planen. Das also hier zum Euro-Schweizer Franken für den kurz- und mittelfristigen Trading-Bereich. Und damit gehen wir noch ins zweite Währungspaar rein, nämlich den Austral-US-Dollar. Hier haben wir den Chart davon. Auch das zoome ich mal kurz noch etwas größer. Wir haben auch hier vor ein paar Tagen darüber gesprochen, was der Markt denn hier machen kann. und an dieser Stelle wahnsinnig schön auch wieder zu sehen. Wir haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Wir haben dieser Marke hier oben auch eine hohe und wichtige Bedeutung gegeben. Weshalb? Hier haben wir den übergeordneten Trend. Der läuft nach unten. Aber wir haben hier innerhalb der korrektiven Phase einen Bereich gehabt um die 0,75, wo wir immer wieder auf Support gekommen sind. Und da hatte der Markt hier an dieser Stelle Dynamik verloren. Das heißt, das, was wir hier leicht abwärts trendig nach unten gesehen haben, da haben wir gesehen, hier unten stiegen die Tiefs an. Das ist immer so ein bisschen ein Zeichen für wachsenden Kaufdruck. Und hier oben kam immer noch Schwäche rein. Hier oben hat man so eine Top-Bildung gesehen. Aber wir haben gesehen, der Markt ist wirklich schön nach oben geschwungen. Und wir hatten hier gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden, dass wir hier möglicherweise ein höheres Hoch sehen und den Markt nach oben streben lassen. Das ist jetzt passiert. Wir sind hier oben reingelaufen in den Bereich dieses Hochs, das Korrekturhochs da oben um die 0,71,681. Das war so der Top-Bereich hier oben. Und da sehen wir es, da sind wir ja auch drüber gelaufen. Dann kam gestern wieder Schwäche rein. Wo hat die Schwäche aufgehört? Mal wieder in so einem starken Staubereich. Das ist hier wichtig. Wie kann es jetzt weitergehen? Eine wichtige Marke ist hier in diesem Bereich das Low dieser großen Kerze. Wenn wir hier drunter fallen, dann können wir erstmal damit rechnen, dass wir etwas tiefere Korrektur sehen, also etwas weiter fallende Kurse. Anlaufmarken sind also hier das Tagestief bei 0,71,092. Beziehungsweise das nächste wäre dann hier aus dem Swing-Bereich, den wir in der Stunde auch schon sehen, das Tief hier unten bei 0,70,874. Wenn es dann noch weiter runter geht, wäre das kurzfristig dann die 0,70,5,20. Das ist dann auch eine entscheidende Marke, weil wenn wir hier drunter fallen, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch deutlich erhöht, dass wir erstmal wieder hier unten in Richtung des Trendtiefs bei 0,730 laufen. Fängt der Markt sich allerdings wieder, haben wir die Chance, den Angriff auf diesen Widerstandsbereich hier oben zu machen und dann weiter nach oben zu laufen. Laufen wir darüber, haben wir hier ein Swing-High bei 0,71,987. Das ist dieses Hoch, beziehungsweise dann hier das nächste Trend hoch bei 0,72, 0,68. Das also mit Blick in den Chart nach oben. Und das ist auch genau das, was wir in der Stunde sehr, sehr schön sehen können. Mache ich auch gleich mal noch etwas kleiner. Das Verhalten der Händler sozusagen, dass man das auch mal schön einordnen kann. Wir sehen hier momentan den aufwärts strebenden Markt. Hier haben wir das gehabt. Das war noch in der Vorphase, die ich besprochen hatte. Hier dieses Hin- und Hergezacke, bevor der Markt sich hier entschieden hat anzusteigen. Wir haben hier schon gesehen, der Markt, der will nach oben trenden. Und dann hatten wir die Situation, dass wir hier die ansteigenden Hochfasern. Und jetzt kann man schön sehen, das hat sich trendig nach oben entwickelt. Und dieser Bereich hier unten, das ist halt momentan der markante Bereich, die 0,71, 0,92. Wenn wir da drunter fallen, ja, dann ist dieses anfängliche Long-Szenario erst einmal wieder ins Wanken. Dann kommt das wieder ins Wanken, weil wir das ganze trendtechnisch nach unten wieder rausnehmen. Da kommt wieder der Verkaufsdruck. Und das wäre dann die Tatsache, zu schauen, was passiert hier dann, hier in den unteren Leveln. Wenn es bricht, haben wir hier ein paar Anlaufpunkte, die da sind. Und das hier zu planen. auch sehr, sehr schön mit nutzen kann. So, Manuel. Kurze Frage hier. Die erkläre ich natürlich gerne. Ich lese es mir nur mal ganz kurz durch. Super. Manuel. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Der Manuel fragt, für all die, die es nicht gelesen haben, kann ich als Großwetterlage zum Beispiel die 10 Minuten nehmen und als Signalgeber in meinen Trade reingehen. Also eine Minute sozusagen die Einheit, in der wir handeln und die 10 Minuten als die Einheit, die die Großwetterlage gibt. Natürlich, das ist auch das, was ich hier jeden Morgen auch zeige. Man hat eine größere Einheit, die die Richtung vorgibt und die kleinere Einheit sozusagen, aus der wir heraus traden. Man muss das Ganze nur sehen, wenn man jetzt eine so kleine Zeiteinheit nimmt, wie die 10 Minuten beispielsweise, dann sind das auch Trends, die häufig sehr schnell und stark brechen. Aber lasst uns mal ganz kurz hier das praktische Beispiel mit zur Hand nehmen. Wir gehen hier mal in den, jetzt habe ich hier keine 10 Minuten. Wartet mal, ich muss mal kurz in die Zeiteinheiten reingehen. Ach gut, wir machen das jetzt hier mal in den 15 Minuten. Manuel, sorry, ich habe jetzt hier auf die Schnelle nicht die 10 Minuten zur Hand. Wir nehmen jetzt mal die 15 Minuten, um dieses Beispiel irgendwo auch logisch erklären zu können. Das ziehe ich jetzt mal ganz kurz etwas größer auf hier. Heißt also an dieser Stelle, wenn wir uns die 15 Minuten einmal anschauen, dann müssen wir einfach sehen, was hat denn hier der große Trend gemacht an dieser Stelle. Also mit dem großen Trend meine ich die Richtung hier beispielsweise im Austral-Dollar, US-Dollar nach unten. Da haben wir hier die Swing-Highs und wir sehen, wie das Ganze hier unten langsam kleiner wird. Hier oben hatten wir einen Bereich, das war so ein bisschen ein Top-Bereich. Hier unten war die Bodenbildung, hier hatten wir das letzte Tief. Und dann haben wir jetzt hier, ich zeichne das mal ganz kurz ein. Hier haben wir den Aufwärtstrend in seiner Bildung gehabt. Ich mache es mal kurz grün, das kann man auf dem Hintergrund besser sehen. Das heißt hier, das war die initiale Bewegung, die über dieses markante Level drüber gegangen ist. Dann hatten wir jetzt hier die korrektive Phase und als nächstes kam dann hier entsprechend die Bewegung, die zur Bildung des Trends geführt hat. Das heißt, das war diese. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen die korrektive Phase. Der Spike hier ist hässlich, das ist immer unschön, wenn man sowas hat. Gerade wenn man sich das dann in der Minute mal anschaut. Aber, wenn man das Ganze sich mal jetzt anbetrachtet, hier an dieser Stelle und sagt, jetzt haben wir hier die korrektive Phase. Wir sind jetzt hier tief in die Korrektur reingelaufen. Was brauchen wir denn in der Minute, dass wir hier beispielsweise wieder rauf gehen? Das heißt, wer das Ganze möglicherweise trendtechnisch traden möchte, der braucht natürlich einen Aufwärtstrend in der Minute. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal in der Minute hier anschauen, dann sehen wir zwar schon den Anfang durch diesen Spike hier in der Minute, aber in der Minute brauchen wir dann halt den Aufwärtstrend. Und das wird jetzt, ich zeichne das nur mal ein, das ist jetzt hypothetisch, also wenn ich das hier in der Minute sehe, kommt ein Trade für mich nicht in Frage. Aber, was ich in der Minute brauche, ist sozusagen das hier, eine Aufwärtsbewegung, dann eine korrektive Phase und dann den Schub wieder nach oben rein, also jetzt mal so rein leertechnisch. Und dann weiß ich, jetzt geht die Minute hoch und dann kann ich mir kurzfristige Anlaufpunkte suchen. Wenn ich jetzt in die 10 Minuten zum Beispiel hineintraden möchte, dann sehe ich ja hier in diesem Bereich, in diesem Markt, dass wir Anlaufpunkte haben. Einmal hier an dieser Stelle, dann haben wir hier das Trend hoch, das kann ich schon mal zur Planung mitnehmen. Und dann haben wir, ja, in den Kleinzeiteinheiten nutze ich das eigentlich nicht so gerne. Also, zwei wichtige Faktoren wären dann, hier diesen Spike mal eben ganz kurz ausgeblendet, aber hier in Anlaufpunkt und oben das Ganze mit reinzunehmen, das könnte man dann als Ziel benutzen und damit an dieser Stelle dann nach oben traden. Wenn der Markt hochläuft, das brauche ich dann als Bestätigung. Das heißt, wir sehen jetzt hier beispielsweise den Markt wieder unten am Support liegen. Das heißt, wir sehen es ja hier unten, das hier war der Tiefbereich und jetzt kommt es halt wirklich wieder drauf an, wo geht es lang. Läuft es hier unten drunter, ist das Long-Szenario erstmal gestorben, kriegen wir hier aber Stärke rein. Das wäre dann die Möglichkeit zu sagen, jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben, ansonsten müssen wir halt etwas weiter warten, bis wir unser Setup bekommen. Gut, alles klar, das wäre also an dieser Stelle mal das Thema mit der Frage. Manuel, ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Antwort drauf geben und wir starten jetzt in den großen Blick für die kommende Woche beziehungsweise wir schauen erst mal, was diese Woche gelaufen ist. Das heißt, wir gehen mal rein auf den oder in den Rückblick für wichtige Termine in dieser Woche. Was hatten wir an Nachrichten auf der Seite? Wir haben Montag gestartet beziehungsweise Sonntag sogar schon gestartet mit Nachrichten aus China. Da gab es Einkaufsmanager-Indizes. Die sind allesamt besser ausgefallen als erwartet. Am Montag ging es dann weiter. Hier bei uns in Deutschland mit dem Einkaufsmanager-Index. Der ist ein kleines bisschen schlechter ausgefallen als erwartet. Ich persönlich sehe das jetzt noch nicht so dramatisch. Der DAX hat jetzt auch keinen großen Einbruch gemacht. In Großbritannien haben wir gesehen, dass es eine positive Überraschung gegeben hat. Der Einkaufsmanager-Index lag hier über den Erwartungen. Thema Brexit spielt ja immer eine große Rolle. Da werden ja immer Szenarien auch gemacht, wie schlecht das dann der Wirtschaft gehen kann. Aktuell spielt der Markt das hier definitiv nicht. Was wir sehen, mit Blick auf die EU, hier der Verbraucherpreis-Index. Das ist das Thema Inflation. Das ist das, wo auch die Zentralbanken darauf schauen. Wir hatten eine Prognose von 1,5. Hier hatten wir einen Anstieg von 1,4. In den USA gab es ein paar negative Meldungen um die Einzelhandelsumsätze. Die sind hier deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Aber der ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, der ist wiederum positiv ausgefallen. Also die US-Wirtschaft, da gibt es immer mal ein paar Bremsspuren auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig wieder positive Meldungen auf der anderen Seite. Dann haben wir hier noch Informationen zur Handelsbilanz in Deutschland bekommen. Das haben wir ja gesehen. Etwas über den Erwartungen hier. 18 Milliarden sind erwartet worden. 18,7 sind es gewesen. In den USA die Auftragseingänge vom Februar rückläufig gewesen. Das sind immer so die Bremsspuren, wo dann immer gut drauf geschaut wird. Was gab es noch? Wichtigerweise hier gab es die Rohöl-Lagerbestände. Da gab es einen Zuwachs am Dienstag bei den API-Rohöl-Lagerbeständen. Das ganze Bild wurde dann am Mittwoch auch noch mit bestätigt durch einen Zuwachs an den Rohöl-Lagerbeständen. Die zahlen am Mittwoch dann sozusagen. Was gab es am Mittwoch sonst noch? Wieder gute Meldungen aus Großbritannien, was das Wirtschaftswachstum angeht. Also das Bruttoinlandsprodukt ist bei 2%, ist auf 2% angestiegen. Das heißt, in Großbritannien läuft es momentan doch relativ stabil auf dieser Seite. Blicken wir mal noch auf den gestrigen Tag hier bei uns in Deutschland. Hier die Verbraucherscheinheit Verbraucherpreise sind auf einem Niveau von 0,4% im Anstieg im Monat März. Aus den USA haben wir gesehen, der Erzeugerpreisindex lag leicht über den Erwartungen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die waren bei 196.000. 211.000 wurden erwartet und der Erzeugerpreisindex ist ja auch etwas mit angestiegen. Also gemischtes Bild, aber durchweg nichts, wo man sagen könnte, wir stehen jetzt hier vor extrem starken wirtschaftlichen Voraussetzungen. Das also zu dem der aktuellen Woche und damit kommen wir, bevor wir wieder in die Charts der großen Indizes hineinschauen, bekommen wir hier mal den Blick für die kommende Woche. An der Stelle noch einmal, ich bin Montag bis Donnerstag nicht online an dieser Stelle, deswegen der Vorausblick hier. Dann haben wir Ostern, das sehen wir auch gleich hier in der Planung. Wir starten mit den wichtigsten Nachrichten. Am Dienstag bekommen wir aus Großbritannien das Durchschnittseinkommen und die Arbeitslosenänderung. Mit Blick auf Deutschland ein sehr, sehr wichtiger Index und zwar die ZEW-Konjunkturerwartungen. Am Mittwoch, dann in der Nacht oder am frühen, frühen Morgen das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion aus China. Wenn man diese Zahlen hier liest und das mit Europa vergleicht, Halleluja, das sind immer noch riesengroße Unterschiede und das ist halt auch schön, wenn China ordentlich wächst, könnte das unseren Export befeuern. Also, das sollten dann gute Nachrichten sein, wenn es hier gut läuft. Dann gibt es am Mittwoch auch noch den Verbraucherpreisindex in der Eurozone. Eine Rede von dem BOI-Governor Carney und wir bekommen selbstverständlich wieder die Rohöl-Lagerbestände aus den USA. Weiter geht es dann am Donnerstag mit dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Eine sehr, sehr wichtige Stellquote für die deutsche Wirtschaft. Dann gibt es die Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien und den USA sowie den Philly-Fed-Herstellungsindex und die Einzelhandelsumsätze ebenfalls am Donnerstag ebenfalls aus den USA und am Freitag ist dann Ostern. Wir sehen es hier. Wir haben die Feiertage. Trotzdem gibt es in den USA die Baugenehmigung. Aber ich sage mal, da wird nichts passieren, weil kein Mensch handelt. Das machen wir dann in der Folgewoche. Gut, an dieser Stelle damit der Blick in die Nachrichten für die kommende Woche und wir schwenken nun wieder, wie wir das jede Woche machen, hinein in die große Marktschau. Das heißt, wir gucken einfach mal in die großen Indizes hinein. Wir starten mit dem DAX, dem Lieblingsindex. Der hat mir persönlich auch diese Woche wieder viel Freude gemacht. Die Augen leuchten lassen. Wir hatten tolle Setups hier gehabt. Wir haben es gesehen, was wir auch bei der Live-Markt-Besprechung um die EZB-Pressekonferenz im kurzfristigen Bereich handeln konnte. Im Swing-Bereich auch wirklich richtig, richtig toll. Gestern gab es dann wieder hier eine tolle Geschichte am Tagestief von vorgestern. Gab es eine schöne Long-Trading-Möglichkeit, also unten am Widerstand. Deswegen sind Widerstände und Unterstützung im Chart in der Verortung in Trends auch immer so wichtig. Das hat wirklich im kurzfristigen Bereich toll geklappt. Der Markt hat hier aufgelesen und ist schön nach oben angestiegen. Das Bild im DAX weiterhin sehr, sehr Bullish. Wir sehen hier, dass der Bereich um die 11.800 Punkte weiterhin einen Support mitbietet. Es kommt jetzt darauf an, wie es weitergeht. Wenn wir den Markt nach oben laufen sehen, könnte es durchaus sein, dass wir hier die Hochs noch mit anlaufen. Das heißt, das Trendhoch hier um die Marke oder etwas über der Marke von 12.000 Punkten. 12.031 war hier das Top. Möglicherweise spielen die Tageshochs hier auch eine Rolle für das kurzfristige Trading. Mittelfristig könnte es jetzt, oder was heißt mittelfristig, aber vor Ostern, falls doch ein bisschen was an Verkaufsdruck kommt, dass einige Gewinnemitnahmen machen. Vor Ostern, weil ja doch ein paar Handelstage sind, müssen wir auch einfach mal ein bisschen Blick nach unten richten. Wir haben ein paar Marker liegen, die als Pivotpunkt dienen können, wenn es tatsächlich etwas tiefere Korrektur geben sollte, aber momentan sieht es noch nicht davon aus. Man muss es aber im Blick halten, aber was wir hier machen ist, wir blicken ja in das große Bild und wenn wir uns das mal anschauen, es sieht doch wirklich gut aus. Alles also hier im grünen Bereich, also hier im Trading eher die Longseite, was das mittelfristige angeht, im kurzfristigen, passiert. Blicken wir als nächstes in den US-Markt, starten wir hier mit dem S&P 500, hier haben wir mal den Wochenchart, es ist wieder hervorragend, was wir hier sehen, ein Bulle ohne Gleichen, das ist wirklich auch ein Traum. Wir sind auf dem Weg zum Allzeithoch, weit weg ist es nicht mehr, wir stehen aktuell bei etwas unter 2900 Punkten, wir sehen es hier, das Hoch war bei 2941 hier, das ist aktuell wieder stark im Visier, mit Blick in den Tag sehen wir aktuell ein Verharren auf hohem Niveau, in den letzten beiden Tagen auch wieder hier sehr schön etwas Druck nach oben, aber oben geht es noch nicht drüber hinaus, hier auch wieder, an der Stelle ich sage es immer wieder, schaut hin, was an den Tagestiefs passiert, hier kam wieder Kaufschub rein, das kann man sehr schön im kurzfristigen Trading nutzen, das sind auch Faktoren, die werde ich jetzt immer mal auch wieder hier in den Fokus bringen, wenn wir uns zwischenzeitlich mal treffen, zumindest so während das gewünscht ist, das kann man gut nutzen, jetzt kommt es halt wirklich drauf an, läuft der Markt hier oben rüber, dann Attacke hier oben, aus, allzeithoch, wenn nicht, können wir durch und auch durchaus gut und gerne ein bisschen korrektive Phase sehen, was wäre Anlaufpunkt hier, ganz klar, das Ausbruchslevel hier, wo sich dieser Trend fortgesetzt hat, das haben wir gehabt im Bereich um, muss mal kurz das Fadenkreuz anmachen, hier an dieser Stelle, also knapp 2860 Punkte, möglicherweise, der Markt kann auch tiefer korrigieren, das Maximale hier, bevor der Trend gebrochen werden würde, was ich jetzt überhaupt nicht in den Raum stellen möchte, wären hier 2700 und um die 90 Punkte Marke, aber aktuell hier auch die Bullen sind am Zug, wir halten uns wirklich auf schönem stabilen hohem Niveau an dieser Stelle, also hier auch alles grün, das ist auch das gleiche Bild, das wir hier im technologielastigen Index sehen, wir gehen hier auch noch einmal in die Woche rein, da sehen wir wie stark dieser Markt ist, das ist weiterhin der Führer in den USA, der stärkste Trend überhaupt den wir haben, der stärkste Markt, wir stehen hier auch sehr nah am Allzeithoch drinnen, das heißt hier sind die Bullen auch wirklich sehr stark am Performen, das Ganze in der Woche, wir sehen es aktuell, wir sind hier in der laufenden Bewegung drinnen, hier schön nach oben mit am laufen, in den letzten Tagen ist hier nicht so richtig stark Dynamik nach oben reingekommen, aber die Bewegung setzt sich so Stück für Stück fort und ich bin mal sehr sehr gespannt was passiert wenn wir hier oben ins Allzeithoch reinlaufen ob wir hier dynamisch drüber laufen oder erst einmal etwas an Korrektur sehen das werden wir dann sehen aber hier rein aus trendtechnischer Sicht es ist alles im grünen Bereich das also zu drei wichtigen Indizes die wir immer wieder gerne auch auf der Uhr haben jetzt schaue ich mal in die Chats hinein ich sehe hier aktuell keine weiteren Fragen ich warte mal kurz ob einer von Ihnen noch einen anderen Markt haben will bitte kurz eingeben ob wir noch auf einen anderen Markt schauen ansonsten aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen schalten wir rum in den edukativen Part da geht es heute um das Trading mit Stärke mit dem RSI Indikator ich mache wie immer hier einen kleinen technischen Cut und bin dann in Kürze zurück also auf Facebook geht es dann auch gleich live weiter mit dem nächsten Webinar ich